In randoms, so mit hinten liegenden Turmen und so und keiner Gun Depression, absolut Null Gun Depression, sehr sehr schwer zu spielen, für den Random Pleppo gar nicht geeignet, da muss man schon sich ein bisschen auskennen, wo man sich positioniert und so, Mann, was ist das denn, ey, hör doch mal auf, Mann, ja, ich brauche auch keinen First Spot gegen den T-71 machen, meine Fresse, ey, voll Idiot, die Bratpfanne, richtig, Ja, das ist ein Hundesohn her, der 12T, dass ich schon wieder mich blocken muss, ich wette, da ist schon der T-71 jetzt schon vorne drin, wenn es blöd läuft, gehe ich jetzt schon auf, hockt der irgendwo da drin, ah, siehst du, das meine ich, da ist er, das meine ich, weil ich schon, ich schaffe es halt schon mal nicht mal in Position, no, naja, ja, gut, hat sich das auch erledigt, hier zu spotten, Mann, warum muss er mir denn so hinterherstalken mit seinem Shit da, Na, das ist toll, wenn man vom eigenen Light Tank geblockt wird, dann haben wir so einen Stalker T-71, der immer einfach hinterher fährt, okay, Jetzt geht es wieder auf, halt, da steht, da steht halt literally da vorne drin, Gibt es noch einen anderen Light? 12T Ja Schön Geh weg Scheiße, jetzt sitzt er da in dem Busch irgendwo, da ist er Sein Platoon-Made da oben, der Huren-Sonder So ein bisschen zu weit vorgefahren Sind auf deine Spots schießender Mit einem Mate Let's meter Was ist da? Was wir? Ahem ist ja, Sie sindнов Dein Mann, hätte ich nicht geschossen. Sind die Nuller. Keine Fresse, die wasten sich schon wieder. Das ist schon da vorne hingekommen. Äh, wie können die denn alle an einem Panzer vorbeischießen hier an dem T-35? Das gibt es ja nicht. 12T auch noch hier. Oh Mann. Gutes Team, Leute. Ich muss jetzt den D-Cat mal erstmal machen. Hey, ist jetzt die Gunmark zugegangen? Ja, wir haben sie schon, Leute. Ist schon drauf, die Gunmark. Der Gunmark-Mod schließt sich bloß immer. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich RIP. Ich habe ein Glück, dass er mich nicht Highrollt. Alter, diese Turmdrehgeschwindigkeit ist wieder für ein Popo. Triff auch nichts, wenn er fährt. In der Ui holt mich jetzt. Diese zwei Piss-Artists gehen mir auf den Sack. Kannst du auch keinem erzählen. Wow, wie langsam die HE fliegt. Oder die HE fliegt. Viel zu viel HP, der Typ. Mal jetzt so viel HP noch. Aber wenigstens die Art, die Gunmark schon drauf. Alter, die HE ist so unbrauchbar. Liegt noch langsamer. Ist drauf. Auf der Map ist er auf jeden Fall machbar. Wie der da wieder zugeht, der UI. So, was nehmen wir denn jetzt? Angebot ist da. Die werden die hier jetzt in den Cap reinrollen. Hätte ich unendliche Munition und Zeit, könnte ich die halt immer outspotten oder so. Na gut, den Cromwell wahrscheinlich eher nicht. Oh, der ist schon sehr nah. Schnüffler. Warum weiß der das so genau, der Cromwell? Da ist er. Ja gut. Wie schnell der ist, ne? Hier ist ein AFK gewesen die ganze Zeit. Oh. Der ist nicht AFK. Was ist ein Bot? Das ist ein Bot. 100 Pro. Gut, letzter, letzter Light in Game. Alle Lights gemarkt. Mobilkönig, dankeschön für die Gift-Saps. Danke dir. Alle Lights gemarkt. Ich save call, dass das ein Bot war, der mit einem Aim-Bot ausgestattet ist. 100 Pro. 45 Prozent. Ja, das war ein Bot. Egal. Schon traurig, dass mein Team halt so kacke ist. Hat keiner mehr als 1000 Damage gemacht. Wow. Ich hab 1,4, gerade so. Und 2000 Spot. Ja, das war der letzte Light. Mehr gibt's nicht. Wie gesagt, ich hab keinen Bock auf Lights mehr. Ich bin so froh. Das ist die Light Tank Gaming Experience in dem, in dem, in, in 2023. Das hier, wenn man, wenn man keine Platoon hat.